Ba 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 Lolalalalalala... konsensierende Aber, jetzt bist du extrem laut Ich bin extrem laut Rrrrrrrt Schlecht Du bist schlecht Du! Ne ne Wir haben angefangen zuはは vor zehn Uhr 49 SekOS, ja mal dieser klug scheiße hier ja ist klar eine note von süß ein bisschen süß eine note von bisschen süß nicht dein ernst oder das eindeutig langer weile was du mal mit mir ach bin ich ein idiot ich wollte doch das bist du fickt dich du dich jetzt würde würde das fehlen klar wenn ich mal um die scheiben reinzuziehen macht einfach ein filler dahin die scheiben reinzuziehen ja was denn sonst wie oft soll ich die denn immer 19 setzen bist du täglich keine ahnung einfach machen so sinnvoll einfach mal die schnauze ich weiß das doch schon lange und du weißt du so dass du gelitten hast ja eindeutig aber sowas von findest du ja gut und wir uns ja eigentlich welche versionen gucken eigentlich ist das ja normal aus egal egal ja sowieso 172 17 so meine ich das bei mir ist relativ kommen ich glaube ich mache heute auf 172 dann haue ich den shelter nehme ich mit weinen ja der shelter ist schon geil du hast einfach nur eine eindeutige langwelle zwei nicht nur zwei und zwei doch nicht das sollte eigentlich reichen ich probiere es gerade aus ohne witz einfach mit push to talk die ganze zeit ok bis jetzt klappt es noch also noch noch bis jetzt noch ach sehen wir ja so ich kann ja sagen wenn du damit aber nichts mehr hört von dir ja dann vergisst du drücken ja dann einfach laut schreien weißt du oder einfach im chat schreien vielleicht bin ich auch ohnmächtig da musst du schreien ey du arsch man hört dich nicht mal lebst du noch hallo lebst du noch aber im vorteil hast du ich kann jetzt über dich lästern und du hörst das nicht haha das hält man dann trotzdem in der aufnahme ja aber die guckst du dir ja nicht an nein wozu auch hast du ein easter egg für dich weißt du musst die voll gucken und du weißt nicht welche nöe muss ich gar nicht doch solltest du nein nein solltest du Nein bitte 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 wer ist knäckebrotmann Nöeh? Was ist da denn jetzt unbenannt? weiß ich nicht....oder keine Ahnung Na wer ist denn rausgegangen? hat nix aber der ist in channel 1 reingegangen wahrscheinlich wieder wieder mit elfgänger gamer ja gelitten normal das normal ja gut du hast ja auch gelitten genauso wie du nein doch nein du brauchst dich da nicht raus reden doch tue ich aber nein dann nur die wahrheit dass du gelitten hast doch nein doch nein doch nein nein okay halt stopp ich hab bock jetzt voll so eine stadt zu bauen was ja fragen warum normal oder oder doch nein einfach so das ist jetzt weil ich einfach das kack sommerland gesehen habe jetzt habe ich bock so eine stadt zu bauen das ist doch gelitten ich bin einfach doch gewohnt und kann sie da rein fertig die sind auch ganz schnell wieder weg bis jetzt ging es ja genau wir bleiben die wirklich an einer stelle das ist das ja so ein bisschen nervig daran ist also selbst dass man im stream gemacht hat mit sein mein kopf mit dem mein kopf welt und dann immer darauf gebaut hat und alles auch ein riesen dorf gemacht hat sie doch gewöhnen sind immer weiter gewandert ja gut ich kann dir einsperren am nächsten waren immer leer ja aber die sollen ja eigentlich rumlaufen so ist das ja ja ich kann die ja in die städte einsperren hm ich kann ja ähm zaun drum herum ziehen ja und einfach vorne wo alt immer durchgängige sind oder wo die raus könnten ähm einfach ja zaun hinbauen oder so mhm kann man auch ja dann ist das nicht mehr so schlimm ja das stimmt deswegen why not ich hab da jetzt lust drauf ja ja oh man ich bin krank das ist scheiße sorry da ooooh das ist nicht gut nee ja weißt ja ob so ein let's play rumgehen boah mit einmal eben ich glaub ich sollte mal ein Fenster bei mir aufmachen ja du solltest mal frischluft reinhauen in deinem stinkezimmer das ist ja vielleicht sinnvoll ich hatte nur eins zugemacht dass das nicht so zieht trotzdem hat mein volume rumgeklappert dann hatte ich das andere gemacht was dran ist hab ich das andere noch nicht wieder aufgemacht okay du hast eindeutig gelitten wieso nur weil ich zwei Fenster hab ja ooooh okay das war einfach zu viel jetzt ist gut war TS ist klar nicht ich weißt du schieb's auf den TS ja das war ich ja verweg wär ruhig das ist doch schön der kacke hier du 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 Oh, der Kopf passt auch nicht. Oder? Doch. Nein. Ich brauche meine Maus. Walnüße. Wieso Walnüße? Walnüße. Wer habe ich hier? Nee. Macht Spaß, ne? Was denn? Das Rumgenerve. Ich nerv doch nicht. Ich doch nicht. Nein. 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 Zettos. Zettos. Oh. Ja, übertreibst du auch noch. Genau. Hey, hey, hey du. Hier. Schenk ich dir. Ich war das. So eine Weihnacht. Ja. Und wer übertreibt. Du. Wieso? Was soll das hinten werden? Sie übertreibt nicht. Was soll das hinten werden? Was soll das hier werden? Was soll das hier werden? Heute doch ab. Bis es fertig ist. Was soll das hier werden? Lauer nicht. Was soll das hier werden? Tipptipptippt. Was geht mit denen denn ab hier? Spanken die schon wieder drauf? So sie nicht. Was machst du hier? Mal was hier machst. Ja. Hups. Da ist es bitte. Danke. Warum hast du es da? Und nicht hier einfach in der Mitte? Warum? Hä? Sie sind da in der Mitte. Warum hast du es nur da? So geschissen oder so? Ja. Und? Ich werde einfach krank. Bist schon krank? Ja. Das ist blöd. Krank im Kopf? Okay. Er ist auch recht. Okay. Er ist auch recht. tippt 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 t so hat schon was ich doch gar nichts machen ist doch war so dass denn was ich auch nicht nicht vor der aufnahme noch was gegessen er toll ich bin ja auch aufgestanden hast du geschrieben was machst du jetzt und dann ja ab ins bad im frisch machen und dann ja ist das rausgekommen aber zu spät geschrieben weil ich mir auch heute wer arbeitet habe ich hatte es ja noch nicht rausgehauen was bist du eigentlich für eine ganz das ist mal klären war sie nicht ein fehler kann ihm voll durch den boden gucken hey block abgebaut und dann hast du dich jetzt doppeltehle noch nicht ich habe sprach aktivierung mal wieder gemacht und wir sind schlecht egal das ist gut du bist ein bisschen